So wake me up Willkommen zu einem kleinen Info-Video, ganz schnelle Sache Ab morgen gehts wieder alles ordentlich los mit ganz YouTube und so einem ganzen Kram Ich hatte jetzt noch meine Abschlussprüfung und die habe ich heute in den Briefkasten bei der SCHK geworfen Ich werde mich heute so ein bisschen nur ums Schneiden kümmern ums das und das herstellen und ja, wie gesagt Ab morgen gehts dann wieder ordentlich rund und heute Abend wird dann nochmal ein ganz spezielles Video kommen Das solltet ihr dann definitiv auch nicht verpassen Es geht dann nämlich um etwas, was ihr schon sehr lange wieder haben wollt Jetzt bald dann auch wieder kommen wird und deswegen solltet ihr das Video heute Abend definitiv nicht verpassen Einige wissen es vielleicht schon, aber für einige die ihn nicht mehr auf YouTube abonniert haben oder gar nicht haben Die könnts natürlich nicht wissen Aber wie gesagt, schaltet heute Abend nochmal rein und dann würde ich sagen, bis später dann Freunde Ciao! Ciao! Outro